Es ist eine Person bei uns, wie eine Neues wird ausgelöst. Ganz genau. Ich bin da! Deswegen hast du das Lieds nicht, ich lasse mich klugen, sondern ich darf köpfen. Wir Menschen überall, spieg gerne in den Häfen mental. Am Freitag nach der Arbeitszeit nutzen wir die Gelegenheit. Pünktlich um sieben sind wir da, nur halb liegt unser Grab von Arm. Die großen Maas stehen auf dem Tisch, allein hat noch das Gebüsch. Wir schauen ständig auf die Uhr, wo bleibt denn unser Köpfchen? Wo ist der Köpfchen? Wo ist der Köpfchen? Wo ist der Köpfchen? Wo haben wir ihn wohl übersehen? Er ist ja nur 1,10 Meter. Doch halt, das kann ja nicht passieren, du würden das Geklopfe hören. Dann bringen wir an der Decke dann einen Sack voll Kartoffeln an. Und wenn man dann ne Laie zieht, wird man gar keinen Unterschied. Wir schauen ständig auf die Uhr, wo bleibt denn unser Köpfchen? Nur wo ist der Köpfchen? Wo ist der Köpfchen? Wo ist der Köpfchen? Ich bin dein Gott. Ich bin dein Gott. Ich bin dein Gott.